Ich steh da komplett unnötig bei Spindyres na ja auf jeden fall weitergeführt Spindyres natürlich mit einem Heider als Holzzieher und selbst mit Allrock und Differenzalsperre Quelle mit der Bartheider Was glaubst du bis mir geht? Schlechter? Ja Ok Ich hoffe wir schaffen es da durch Ich denke schon Ja vermutlich letzter Teil für die Karte Wenn wir das Holz hinter transportieren schaffen wir es Weil ich bin guter Dinge Ziemich Ziemich Mach ich schon Scheiße den Berg da auf, er wird trotzdem Es ist ja nicht so egal, als wenn man erfuhr dass das Rathenbohr in der Luft überspringt hin und wieder Schau es da an, hey Dresstelte in einer Minute, das bringt dich voran Wie viel saugt das bei dir gerade? Zehn Bist du dir warte, ey Du fährst nicht so weit mit allem an, gell? Ja Du bist das Gasgetall durchgedrückt Ich habe so ein Boot fest gespackst Geflanscht Gastralflatsch Jetzt gibt's nur ins Winterheis Und dann wurde ne Garage Entschuldigung Über der Betty auch in dem Gas-Säbel umflanscht Egal wo flanscht Allrad aus und müssen 8 Lied in der Minute So Jetzt wieder Allrad aus Oh, diese Rettstelle da. Schau, ohne Probleme. Hier im Griff. Bis der Heidegger eigentlich entsumpft, dann ist alles. Was hast du gesagt? Ich muss gerade noch mal auf die Karten schauen. Damn, wir haben es fast geschafft schon, gell? Liter? 90. Ja, 356. Schaden? 60. 197. Los geht, ey. Hm. Damn. Okay. Bis der Bad. Jetzt geht's. Gut, wird's fast aufgestellt. Mein Anhänger darf nicht kippen. Du fährst. Sag mal, hast du ein Superschip für dich, oder was ist da los? Okay. Oh, doch, warum ist es geschafft? Ich bin nicht drin, reden. Ich bin komplett Luftwiese. Sind wir schon da? Ähm. Bald. Schau Gott. Nur bald. Baldi. Schau, dass du jetzt da oben vorst, mit runterkippst. Du hast Wünsche. Ich muss mal jetzt hinterschauen. Okay, doch, das drückst du hin, oder? Du hast Wünsche. Ich sehe halt nichts. So, du siehst den Müffe. Absolut nichts. Okay, und jetzt noch links. Äh, da ist er stark. Äh, fast. So, zieh dir da jetzt noch mal vorbei. Passt schon, kannst loslassen. Okay. Moment, Kamera. Passt, du bist frei. So, fahren. Fahr weg, fahr weg, fahr weg. Ah, ich war schon mit der Autos. Geschafft. Lad ab. Und. Yes. Ja, super. Dann danke fürs Zuschauen. Schauen wir mal. Ah, tun wir mal vergleichen die Stats. Äh, verbraucht. Also, das steht ja jetzt da. Ja? Auf der Seiten. Verbrauchter Kraftstoff. Ihr habt 953. 485. Ach, sauber. Ja. 6 von 6 Fahrzeuge habe ich. 5 von 6. Werkstätten, 1 und 2 ist klar. Verdeckte Stellen. 5 von 8. Ja. Zurückgelegte Distanz. 6,850. 46. Okay. Nicht schlecht. Zweimal habe ich mich gerettet. Einmal. Ja, mit zwei Fahrzeuge. Ja, nice. Danke fürs Zuschauen. Und dann, bis zum nächsten Heil. Oh, was warst du da? Servus, Leute. Tschüss.